Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus sehr feierlichem Anlass. Und zwar nach vier Jahren gibt es einen Nachfolger der Ion Edition 4. Wie man sich schon denken kann, heißt der Nachfolger Edition 5 und ich habe heute das erste Exemplar zeitig nach dem Release hier. Und zwar ist es die Edition 5 Plus. Und was die Edition 5 Plus zu bieten hat, schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß mit dem Video zur Ion Edition 5 Lounge Plus. Heute etwas anders als gewohnt. Wir schauen uns den kompletten Lieferumfang der Edition 5 Lounge Plus genau an. Genauestens an. Wir gucken uns jedes einzelne Teil an, bauen das zusammen auf. Ich erkläre euch alles, was ich auf der Messe erklärt bekommen habe. Habe die Pfeife noch nicht getestet. Im Verlauf des Videos werde ich die Pfeife aber schon zum Fazit getestet haben und euch dann viel mehr darüber erzählen können. Erstmal zum Packaging. Das ist ein bisschen angepasst worden. Finde ich. Sieht nochmal hochwertiger aus. Sieht vom Design auch nochmal ansprechender aus. Viele, viele Fünfen sind drauf. Edition 5. Das gewohnte Pantone Blau, welche Pantone ich leider nicht auswendig kenne von Ion allgemein, ist mit dabei. Made for You steht ja auch drauf. Und wir öffnen das Ganze jetzt einfach mal hier. Und als aller allererstes kommt uns ein kleiner Karton entgegen. So wie man das eigentlich auch, glaube ich, von den letzten Modellen aus dem Hause Ion kennt. Aber das Ganze ist jetzt hier in einer Magnetbox verpackt. Und sieht schon mal ein bisschen anders aus. Wenn ihr diese Magnetbox öffnet, seht ihr als erstes Say Hello to Your Edition 5. Und hier sieht man schon, dass da auf jeden Fall was mit dem Handy gemacht werden soll. Und diese Karte ist dabei. Ich nenne diese Karte auch einfach mal liebevoll Scraper. Also wie eine andere Marke aus dem Shisha-Bereich auch ihr Produkt genannt hat. Das Ganze hat aber eine komplett andere Funktion. Ihr seht den Schriftzug Ion. Und hier hinten habt ihr noch so einen kleinen Sticker drauf. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch natürlich jetzt gleich auch nochmal. Und zwar, dieser schwarze Sticker hier hinten beinhaltet einen NFC-Chip. NFC-Chip könnt ihr ganz einfach mit dem Handy scannen. Und dann seht ihr hier schon eine kleine Mitteilung. Und wenn ihr auf diese Mitteilung klickt, kommt ihr auf die Ion-Webseite zum Ion-Club. Ihr könnt euch da registrieren. Da gibt es viele coole Goodies. Tatsächlich ist das Ganze noch nicht komplett online. Ihr könnt euch das aber, wenn ihr euch die Edition 5 holt, selber mal anschauen, durchlesen. Was auch kommen soll, was ich gehört habe, kommt auf jeden Fall ein Aufbau-Video dazu. Dann könnt ihr direkt das Aufbau-Video auf dem Handy oder auf dem iPad dann verfolgen. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee mit diesem Scraper und hat auf jeden Fall was. Wenn wir dann das erste Inlay rausnehmen, diese Schaumstoffplatte, sieht man danach einen Kohleteller, der im First Touch auf jeden Fall auch schon einen, ich sag mal, hochwertigeren Eindruck macht. Nicht, dass die alten Kohleteller keinen hochwertigen Eindruck gemacht haben, aber der ist auf jeden Fall massiver. Ich weiß nicht, wie dick das Material mittlerweile ist, aber es ist sehr dick. Es fühlt sich sehr massiv an, auch deutlich nochmal schwerer. Und das Ganze hat vom Durchmesser ein bisschen was an Zentimetern verloren. Ich habe mir sagen lassen, dass dieser Teller zwei Zentimeter Durchmesser verloren hat. Und er müsste jetzt noch, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist er kleiner geworden, dass ich es sehr begrüße. Ich war immer ein Fan davon, auf meine Edition 4er einen Lounge-Mini-Teller zu machen. Muss ich jetzt vielleicht gar nicht mehr machen, Teller ist kleiner geworden, finde ich gut. Danach können wir dieses Inlay rausnehmen, das ist das letzte Schaumstoff-Inlay, bis es dann auch wirklich zu dem Herzstück der Pfeife geht. Und ich würde sagen, dass wir jedes Teil einfach mal hier rauspacken und ich euch dann gleich mal zeige, was es vielleicht schon mal für Unterschiede gibt. Wir fangen an mit der Rauchsäule. Das ist nicht die komplette Rauchsäule, das ist das Rauchsäulensleeve. Die Lounge Plus hat nämlich als eine der Besonderheiten ein Sleeve-System, das es dem gewinnbringend mit reingebracht, dass ihr mehrere neue Features habt, die auf mehrere Funktionalitäten hinweisen. Ist mit einem Sleeve bei der Lounge Plus. Und was machen wir als nächstes? Wir haben das Innenrauchsäulenrohr, würde ich sagen. Innenrauchsäulenrohr, gucken wir uns gleich nochmal am Aufbau an. Ich hoffe, dass ich das gute Stück auch beim ersten Mal alleine aufgebaut bekomme. Das scheint mir ein teilbares Tauchrohr zu sein. Das funktioniert auch schon mal sehr gut. Als nächstes, denke ich, macht es Sinn, euch den neuen Diffuser mal zu zeigen. Der sieht nämlich so aus, dass ihr den ganz normal wie ein Diffuser draufschrauben könnt. Hat aber ein neues Design bekommen und soll auf jeden Fall nochmal besser funktionieren, dass das Wasser in der Bowl nicht hochsprudelt. Werde ich auf jeden Fall auch noch testen und euch Feedback geben. Aber Detailshots kommen ja auf jeden Fall auch. Erik sitzt gerade hinter der Kamera, der weiß noch nichts von seinem Glück. Aber Detailshots wird er lieber her auch machen. Wir haben hier einen gewohnten Kopfadapter. Da hat sich nicht viel geändert, würde ich sagen. Sieht sehr ähnlich aus. Hat einen männlichen, ein männliches Schraubgewinne hier oben und eine ganz normale Dichtung dabei. Das ist schon mal fein. Wir haben, ich denke, das ist ein Teil von dem Inneren der Rauchsäule. Wir haben insgesamt zwei, vier, sechs, acht, neun durchsichtige Kugeln, eine Magnetkugel und noch einen Stift, der für den verstellbaren Durchzug ist. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir haben einen Schlauchadapter, der vom Design auch nochmal anders aussieht als der Vorgänger, zumindest von dem Innenleben. Ich kann euch sagen, dass der auf jeden Fall magnetisch ist. Wieso der magnetisch ist, kommt gleich nochmal. Wir haben, wenn wir schon bei einem Magneten sind, einen größeren Magneten. Der ist, ja, sieht so aus wie so ein kleiner Bolzen für Handwerksstuff, würde ich sagen. Deswegen sage ich euch auch noch, wofür das ist. Das ist auch für das Verstellen des Blowoffs. Nicht Verstellen des Blowoffs, Verstellen des Durchzugs. Also, Digga, weißt du, warum das umgekippt ist? Der hängt die ganze Zeit am Teller und ich wundere mich, Digga, warum fällst du die ganze Zeit um? Also, dieser Magnet ist auf jeden Fall deutlich stärker nochmal als der Schlauchadapter. Warum das der Fall ist, zeige ich euch. Wir haben, aha, das ist der untere Schliffteil für die Rauchsäule. Kann ich euch jetzt noch nicht komplett zeigen, aber das ist auf jeden Fall der Schliff für den Kohleteller. Also, der ist unter dem Kohleteller. Und bei diesem Schliff gibt es auch eine absolute Neuheit. Ihr könnt hier nämlich etwas rausdrehen. Und da drin befindet sich ein automatischer Molassefänger, der runterfällt, wenn man ihn rausdreht. Ein kleiner Spaß. Es ist ein Molassefänger, also ihr habt hier eine kleine Wanne drin, die ihr ganz, ganz sleek in den Schliff unter dem Kohleteller reindrehen könnt. Könnt ihr optional drin lassen oder abmachen. Ich kann noch nichts dazu sagen, ob der Durchzug eingeschränkt ist dadurch, aber ich kann sagen, dass der Hersteller garantiert, bis zu zwei Mehrlochköpfe Molasse aufzufangen. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Vor allem, weil ihr den Teller auch mit Schliff dann abnehmen könnt und dementsprechend auch den Molassefänger in einem leeren könnt. Mehr dazu gleich. Wir haben zwei verschiedene Teile für oben an der Rauchsäule, wo ihr magnetisch das Blow-Off verstellen könnt. Dann geht es weiter. Das ist ein bisschen schwieriger hier rauszunehmen, deswegen gucke ich mal, ob ich das vielleicht so rausbekomme. Base liegt auch schon drin. Okay. Wir haben hier ein Teil, was auch für die Funktionalität des verstellbaren Blow-Offs ist. Hier sind verschiedene Stufen, die ihr seht. Und mit diesen Stufen könnt ihr den Durchzug verstellen. Habe ich gerade schon wieder blau aufgesagt? Den Durchzug könnt ihr mit diesen Stufen vorstellen. Wie das funktioniert, gucken wir uns auch noch an. Kommen wir, wie gesagt, auf die Base im Inneren des Rauchsäulen-Sleeves. Und das hier ist das neue Herzstück der Pfeife, würde ich sagen, beziehungsweise der kleine Bruder des Herzstücks, sagen wir es so. Und zwar ist das die Krone, die auf die Base kommt, die so aussieht. Und das ist die Krone, mit der ihr die neuen Blow-Offs verstellen könnt. Es gibt mittlerweile nämlich zwei Blow-Offs, die ihr an der Base verstellen könnt. Einmal von der Rauchsäule unten nach oben zum Teller und quasi von der Base seitlich in drei, ja, eins, zwei, drei Richtungen, oder? Oder vier? Vier Richtungen. In vier Richtungen quasi von der Base runter zur Bowl, würde ich sagen, oder zum Tisch. Das kommt gleich noch, ist alles magnetisch. Und das ist das Herzstück. Die Base hat einen Feinschliff bekommen, was das Design angeht. Ist etwas kantiger geworden im Vergleich zu Edition 4. Wir haben uns das Ganze schon im Stream angeschaut. Ihr habt hier Laserung, wo ihr quasi die Anzeigen habt, wie ihr das Durchzugsverhalten einstellen könnt. Dementsprechend alles magnetisch gelöst. Ihr seht halt, wenn ihr hier diese Laserung seht, dass hier der leichteste Durchzug ist. Und dann habt ihr immer mehr zu einem geschlossenen Kreis diese Angaben zum Durchzug. Base von unten sieht auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig aus. Also ihr habt hier ein absolutes Vollmaterial. Das war vorher schon immer sehr, sehr fancy. Sieht auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders aus im Vergleich zu Edition 4. Rest sieht im Vergleich sehr ähnlich aus, würde ich sagen. Das neue Base-Design finde ich sehr gut. Das seht ihr gleich auch nochmal im Kompletten. Da mit der Pfeife hat sich auf jeden Fall eine erwachsene Entwicklung jetzt feststellen lassen können, meiner Meinung nach. Die Kugeln müssen hier gleich noch rein. Und eine Sache, die mir persönlich noch auffällt. Und zwar beim Schlauchanschluss selber ist die Auffangfläche von diesem restlichen Material, was hier sonst drin war, hat sich verringert. Und mich hat es vorher bei der Edition 4 häufiger mal genervt, dass ihr Kondenswasser im Schlauchanschluss hattet. Und dieses Kondenswasser hat sich dann in der Base gesammelt und hat so einen kleinen Pool an Wasser gesammelt. Und dann habt ihr immer mal wieder Wasser gezogen. Das ist jetzt weniger geworden. Ich hoffe, dass auf Langzeittest das auf jeden Fall auch verbessert wurde und nicht nur kosmetische Eingriffe waren. Dann haben wir auch alles schon, was die Rauchsäule betrifft und die Base und das Tauchrohr. Also alle Edelstahlteile bis auf das Gewinde der Bowl fehlen noch. Ne, sind schon da und es fehlt nur noch das Gewinde. Und wir haben nur noch die Bowl, die hier wahrscheinlich drin ist. Die kippen wir hier mal so aus. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht droppt. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass wir nicht nur ein verändertes Design der Base haben, sondern bei der Edition 5 finden wir auch vier neue Colorways vor. Und ich habe mich für den Bowl Colorway Dune entschieden. Dune ist ein Beige, Sand Tone würde ich das beschreiben. Und es gefällt mir tatsächlich von den Farben am besten. Ich konnte mich nur schwer entscheiden zwischen Dune und Mint. Mint ist auch eine sehr schöne Farbe, die auch zukünftig auf jeden Fall in die Sammlung gehört. Aber fürs Erste gibt es jetzt das Dune im selben Design, was die Form angeht, wie bei der Edition 4. Aber der Colorway ist neu. Der Colorway ist etwas pastellfarbig, würde ich das Ganze nennen. Und hat wie gesagt vier neue Colorways, die hier auch nochmal eingeblendet sind. Und das war es auch schon zum Lieferumfang. Eine Sache will ich nicht unterschlagen. Und das sind diese Gumminoppen. Diese vier Gumminoppen sind immer bei Ihnen dabei. Die könnt ihr, wenn ihr möchtet, quasi an die vier Stellen unter die Bowl kleben, falls ihr Glas auf Glas stellt oder draußen rauchen wollt und so ein bisschen Schutz haben wollt. Ich benutze die tatsächlich nie, sind aber nice to have und viele von euch nutzen die. Das habe ich schon mitbekommen. Ich würde sagen, es wird Zeit für den Aufbau. Ich glaube, den Colorway sieht man hier sowieso nicht so krass. Ich glaube, wir müssen Produktbilder hier einbinden durch die Farben, die wir haben. Aber so wie ich das hier wahrnehme, in dem Licht sieht es eher gräulich aus. Ich glaube, im Tageslicht geht es definitiv in die beige Richtung. Auf den Produktbildern sieht es auch eher nach einem Sandton aus. Was ich auch noch zur Bowl sagen kann, die Bowls von der Edition 5 passen auch auf die Edition 4. Bedeutet, ihr müsst keine Sorge haben, das sind die gleichen Gewindegänge, die ebenfalls bei der Edition 4 benutzt worden sind. Hier haben wir noch eine kleine Neuheit. Dadurch, dass die Bowls komplett foliert sind, ich bin mir nicht sicher, in welchem Verfahren die foliert werden, habt ihr aber jetzt quasi keine Bowl mehr, wo ihr durchschauen könnt, bei den neuen zumindest, sondern ihr habt hier so ein kleines Guckloch, was so einen kleinen Spalt von oben nach unten darstellt. Und so könnt ihr euch den Wasserstand genau anschauen. Wir schauen uns jetzt einfach mal den Aufbau an und ich hoffe, dass ich den Aufbau beim ersten Mal hinbekomme. Das Ganze beginnt mit den Kugeln. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kugeln. Also keine Ersatzkugel dabei. Schon mal als Info. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Kugel verliere hier. Ich habe die gerade zum ersten Mal nach dem Rauchen gestern Abend gereinigt. Und tatsächlich ist mir beim ersten Mal der Reinigung schon die Magnetkugel flutschgegangen. Die ist in den Abfluss gerollt. Nach einer kurzen Reinigungspause beschäftigen wir uns jetzt mit dem Aufbau. Ich kann sagen, dass ich gerade bei der Reinigung mir schon mal so einen groben Überblick verschaffen konnte, was für Sachen wir hier aufbauen müssen. Und auch gerade im Briefing von der Messe, was der liebe Mo mir gegeben hat. Übrigens nochmal vielen Dank an Mo, der mir die Pfeife auch nochmal gestern, wenn ihr das Video seht, irgendwann letzte Woche vorbeigebracht hat. Und ich bin gespannt, ob wir das beim ersten Mal gut hinbekommen. Und im Nachgang gibt es noch einen Ersteindruck, wie mir die Pfeife gefällt. Und deswegen erstes Mal Edition 5 Launch Plus aufbauen plus Ersteindruck gleich beim Rauchen. Zuerst führen wir alle wunderschönen kleinen Glaskugeln, denke ich mal, sind das, in die dafür vorgesehenen Löcher in der Base. Ich muss mitzählen hier. Es kommen hier nämlich 9 an der Zahl rein. Ich hoffe, dass ich in kein Löchlein eins doppelt reinmache. Das würden wir dann merken spätestens. Zack und Nummer 9. Dann haben wir noch den Stift. Ich hoffe, dass wir ihn gleich auch mal zeigen können. Und diese Magnetkugel hier, die hier noch übrig bleibt. Die packen wir beide nochmal hier rein. Und dann schauen wir uns mal weiter an, wie es hier weitergeht. Ich glaube, dass wir jetzt diese Krone hier dazu nehmen und diese Krone jetzt auf die Base packen. Und dann würde ich fast vermuten, wenn wir mit dem Durchzug spielen wollen, kommt wahrscheinlich dieses schöne Teil rein, wo die Kugel gleich drauf kommt. Nee, das ist nicht korrekt. Dann habe ich eine andere Idee. Kommt wahrscheinlich die innere Rauchsäule schon mal rein, wo dann das Sleeve gleich drum geschnürt wird. Ich hoffe, das ist korrekt. Aber seht ihr mal, auch bei mir, ohne dass ich mir eine Anleitung angeschaut habe, klappt es auch nicht. Und zum Glück habe ich mir ja noch ein Handtuch hingelegt. Ich habe es, wie gesagt, gerade sauber gemacht. Bei neuen Pfeifen sowieso immer. Dann kommt das hier vielleicht als erstes rein. Nee, oder? Oder doch? Vielleicht kommt das hier als erstes rein. Das sieht schon mal besser aus. Und dann kommt das hier drüber. Nee, auch nicht. Dann kommt das aber als... Ah, jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt haben wir es, glaube ich. Warte mal. So nämlich. Aha. Also Krone. Dann dieses untere Rauchsäulen-Innersleeve würde ich das nennen. Und dann wird das nämlich so reingeschraubt. Das befestigt dann scheinbar die Krone. Ja, das funktioniert. Und dann funktioniert hier auch schon der Magnet, wenn ihr das hier einstellen wollt. Okay. Wir wollen natürlich beim ersten Mal gleich den Durchzug einstellen. Bedeutet, ich lege dieses Teil jetzt hier rein. Bedeutet, das ist die Auffangschale, beziehungsweise, ja, ich sag mal, das Basement für den Mechanismus mit der Kugel. Den Stift könnt ihr noch reinmachen, habe ich mir sagen lassen, um noch mehr Durchzugoptionen zu haben. Wir lassen den Stift jetzt raus, weil ich auf der Messe gesehen habe, dass auch ohne diesen Stift geraucht wurde. Und diese Kugel kann man jetzt quasi hier reinlegen. Und vor dem Rauchen habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Durchzug schon einzustellen mit dem Schlauchanschluss. Dadurch, dass da noch kein Kondenswasser in der Base ist, könnt ihr jetzt quasi diese Kugel hier rausziehen. Super, das wollte ich nicht. Aber ihr könnt quasi diese Kugel... Äh, klappt nicht so ganz. Doch, klappt so. Okay, die Kugel könnt ihr quasi hier mit dem Magneten einstellen, der im Schlauchanschluss ist. Und wenn ihr während des Rauchens auch nochmal den Blauauf einstellen wollt, könnt ihr das nur noch, oder was heißt nur noch, wenn es zu viel Kondenswasser hat und jetzt geht das hiermit nicht mehr, dann braucht ihr einen stärkeren Magneten und das ist der hier. Und der ist auch schon deutlich stärker, der zieht die Kugel fast schon von alleine raus. Das könnt ihr dann durch die Rauchsäule machen, auch wenn es feucht ist. Kugel ist jetzt so platziert, dass ich das größte Loch verdeckt habe. Inneres Rauchsäunelement, würde ich vermuten, kommt jetzt rein. Okay, das kommt dann quasi auf dieses Fundament für die Krone, dass die Krone befestigt ist. Dann kommt wahrscheinlich das Rauchsäunelement, was ein Sleeve ist. Ich gucke mal, ob das richtig rum ist, müsste eigentlich richtig rum gewesen sein. Machen wir weiter. Der Teller ist hier. Bedeutet, wir brauchen jetzt erstmal diesen Molassefänger. Ich stelle mal das ganze Fundament hier zur Seite. Und zwar können wir den Molassefänger jetzt hier reinschrauben. Und dann haben wir den unteren Schliff des Tellers. Sieht dann so aus. Und das können wir dann jetzt unter den Teller schrauben. Und dann haben wir auch schon hoffentlich den Schliff. Was brauchen wir noch? Der Teller ist fertig. Wir brauchen jetzt nochmal das finale Element für die Rauchsäule. Und das sieht hoffentlich so aus. Nee. Ich glaube, das ist falsch rum. Ich glaube, das hatten wir falsch rum drin. Und ich glaube, das muss so, oder? Ja. Okay. Also es gibt eigentlich nur eine richtige Weise, das aufzubauen, weil es dann noch hält. Die Frage ist jetzt, was fehlt hier noch? Ah. Schaut mal an. Also, wichtig. Hier ist ein inneres Gewinde in dem Sleeve. Und das sagt euch eigentlich auch schon, dass ihr das Ganze so rum auch nochmal reinschrauben müsst. Das war natürlich mein Fehler. Bedeutet, das Sleeve ist nochmal verbunden und kann gar nicht wackeln. Das hat mich gerade sehr, sehr verwundert schon, um ehrlich zu sein. Sieht dann so aus. So. Und dann ist das Ganze auch fest. Und sieht quasi so aus. Und dann ist es quasi so weit, dass wir dieses obere Teil nehmen, was quasi der obere Blow-Off ist, den ihr verstellen könnt. Und das kommt dann hier oben einfach nur rein. Das wird nochmal verschraubt. Und zwar sieht das Ganze dann so aus, dass ihr auch hier ein Gewinde habt. Verschraubt das Ganze. Und dann ist es nicht mehr drehbar, außer dieser magnetische Verschluss. Okay. Aufregend. Gleich nur noch den Teller rein. Ansonsten, wie gesagt, das Tauchrohr verschrauben wir nochmal kurz hier. Tauchrohr kommt hier rein. Okay. Schliff natürlich am Kohleteller. Das ist sie. Schlauchanschluss fehlt hier noch. Okay. Das war der Aufbau. Kleiner Eindruck. Und jetzt holen wir uns den Kopf. Und dann Erstfazit zum Rauchen. Und ein bisschen Quatscherei noch. Wir sind wieder back. Und zwar habe ich leider vergessen, dass ich den Wasserstand so gemacht habe, dass ich eigentlich mit kurzem Tauchrohr rauchen möchte. Wollte euch im Aufbau aber das Ganze mit dem Aufbau, mit dem langen Tauchrohr zeigen. Musste nochmal eben den Wasserstand ein bisschen anpassen, weil wir natürlich auch vorher noch nicht wussten, wie hoch der Wasserstand sein muss. Mit kurzem Tauchrohr und Diffusor. Ich wollte das nämlich gerade für den ersten Test so testen, dass ich in meinem favorisierten Wasserstand und mit der favorisierten Konfiguration bei der Edition 4 rauche. Und zwar war meine favorite Kombi kurzes Tauchrohr von der Edition 4 Premium. An der Lounge aber. Und das Ganze haben wir jetzt mit Diffusor gemacht, weil das Tauchrohr ein bisschen kürzer geworden ist. Bedeutet, kurzes Tauchrohr und Diffusor. Und ich kann vorher sagen, ich bin sehr, sehr hyped. Das wird nämlich mein erster Zug sein in meiner eigenen Edition 5 Lounge Plus. Ich habe bisher nur am ihren Stand 4, 5, 6 Züge genommen. Und das Ganze nochmal selber auszutesten ist nochmal was anderes. Deswegen erster Zug mit dem voreingestellten Durchzug, den wir beim Aufbau hatten. Durchzug kann ich vielleicht schon mal sagen, fühlt sich sehr angenehm an. Vielen Dank, der Herr, hinter der Kamera, in der Regie. Durchzug fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Die Kugel müsste auch noch in dem gleichen Löchlein liegen, wie vorher konfiguriert. Das ist auch noch der Basic Blow-Off, den ihr seht. Fühlt sich sehr smooth an. Wir können das Ganze mal mit dem Blow-Off mal eben machen. Also die beiden Varianten gibt es auf jeden Fall. Und wir haben hier oben noch, erst mal den Blow-Off, das zeige ich euch auch mal. Okay. Das sind die Blow-Offs. Ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar, nach vier Jahren ist es auf jeden Fall ein Moment jetzt für mich gerade, der schon irgendwo sehr, sehr besonders für mich ist. Ian war einer der ersten Hersteller in Deutschland, von dem ich die deutschen Produkte selber testen konnte und war schon immer ein Fan von den Ian-Produkten. Auch gerade die Edition 4 war so meine Pfeife, die ich auch in verschiedenen Ausführungen hatte und dauerhaft wirklich am Laufen hatte. Die steht auch immer noch zu Hause. Ich habe zwei hier, Special Editions und so. Und gerade die Edition 5 liegt mir sehr am Herzen, weil ich wirklich, ja, mich sehr darauf gefreut habe. Und ich kann sagen, dass es eine sehr erwachsene Entwicklung für mich ist, definitiv, was die Produkte angeht. Und deswegen bin ich auch gespannt, was die Funktionalität angeht. Wir verstellen jetzt einfach mal den Blow-Off hier. Äh, nicht den Blow-Off, das Rauchwalten. So. Da hört ihr die Kugel klicken. Mal gucken. Ich glaube, ich habe es leichter gemacht. Man merkt schon. Ich habe es noch leichter gemacht. Es müsste das leichteste sein. Welcher Kreis ist hier? Siehst du das? Halb. Halb. Heißt, wenn du es noch restriktiver haben möchtest, müsste man quasi diesen Stift, den wir hier haben, noch in eine Aussparung in dieser kleinen, ja, ich sag mal, Durchzugsverminderung einbauen. Aber hiermit könnt ihr jetzt während des Rauchens schon einstellen. Gut, Erik und ich haben uns jetzt gerade so ein bisschen beraten hier. Es funktioniert auf jeden Fall mit dem starken Magneten sehr, sehr gut, dass ihr die Kugel hier bewegen könnt. Ich glaube, jetzt gerade für das Erstfazit ist es noch für mich schwierig, gerade auch einen Mehrlochkopf zu testen. Wir haben auch Mustaf, wie gesagt, gebaut, wo wirklich der Grad ist, wo der Durchzug sich so vorstellt, dass man sagt, es ist schwerer zu ziehen und leichter zu ziehen. Kommt aber dann auch nochmal als Langzeitfazit bei mir. Ich habe jetzt quasi ein Viertel offen, heißt fast geschlossen vom Gefühl. Ich denke, ich werde es mit dem Stift auch nochmal probieren. Was ich sagen kann, Funktionalität funktioniert. Blowoffs gefallen mir sehr gut. Bowelfarbe gefällt mir auch sehr gut. Für mich, wie ich gerade schon gesagt habe, eine sehr erwachsene Entwicklung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was euer Fazit ist. Das Rauchverhalten, gerade mit Diffuser, finde ich sehr angenehm im Mehrloch. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Gerade durch diese verschiedenen Stufen könnt ihr euch absolut durchprobieren. Und Erstfazit ist schon mal sehr, sehr nice. Grunddesign, habe ich auch schon mal in den Streams gesagt, ist für mich von einem kantigen Base-Design nochmal schöner als die Edition 4. Und was das Langzeitfazit geben wird, werdet ihr dann auch noch auf diesem Account hier sehen. Ich bin schon mal auf jeden Fall sehr positiv gestimmt. Preisübersicht der verschiedenen Stufen seht ihr hier auch nochmal. Es gibt nicht nur die Launch Plus, die hier steht, sondern es gibt eine normale Launch. Und eine Premium Plus, die auch noch gekommen ist, neben der Launch Plus. Und da habt ihr nochmal vier Anschlüsse. Das APS wurde da nochmal verbessert. Ansonsten ganz wichtig sei gesagt, wenn ihr mich bei dem Kauf für die Edition 5 unterstützen wollt, könnt ihr bei ihr natürlich wie immer den Code Houges aktivieren. Da bekommt ihr aktuell einen kostenlosen Silikonschlauch dazu und unterstützt mich bei der Einlösung des Codes. Und ich würde sagen, es ist Zeit für euer Fazit in den Kommentaren. Lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Und in Zukunft seid gespannt, was noch für ein Video zu dieser Pfeife kommt. Ich bin sehr gehypt, bin sehr gespannt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin.